Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sandra, heute mit dem digitalen Einblick in das Rosefröhlich Ernährungsmaß. Verschiedene Portionsmengen könnt ihr im Ernährungsmaß für eine gesunde, achtsame Ernährung sehen, einmal bebildert. Die Mengen werden nicht abgewogen, sondern können mit der Hand und mit Alltagsgegenständen definiert werden. Ihr könnt Speisen selber zusammensetzen, habt verschiedene bunte Kategorien von Grundnahrungsmitteln. Ihr findet das Ernährungsmaß bei uns im Rosefröhlich Etsy Shop. Ich freue mich auf euch, schaut euch das Video an, lasst euch inspirieren für euren Alltag, für eine achtsame Ernährung. Macht's gut ihr Lieben!